Ja, Sapperlott noch eins. Also wenn da nicht mein Glurak drin ist, dann werde ich aber sauer sein. Das ist wieder Boosterzeit. Einen schönen Dragoran vorne drauf mit schöner Krone. Das habe ich übrigens schon aus der Serie. Eine schöne X-Krone. Get rid of, ich sage, ich habe so viel Feuerenergie in letzter Zeit gezogen und auch Wasserenergie. Ich sage, das ist eine Stahlenergie. Get rid of the Elektroenergie. Schon wieder Elektro. Was ist da los? Ein süßes Froxy. Oder Froki. Bei uns heißt es glaube ich Froxy. Es gibt jetzt auch ein neues Greninja-Deck mit einem EX-Greninja drin. Eigentlich ziemlich cool. Ja, Flampion. Barmelin, glaube ich, heißt das auf Deutsch. Oh, das ist süß. Das habe ich aber glaube ich auch schon. Das Pokémon All-Zutra-Stage. Muss man nichts zu sagen. Ja. Das gibt es jetzt auch in EX quasi in 151. Habe ich auch in meinem Deck gerade. Ich weiß nicht, ob ich es in meinem Deck behalte, weil es gamble ich. Aber also nicht das hier, sondern das EX-V. Ist ganz okay. Also das ist nicht gut, aber das EX-Ding ist eigentlich ziemlich cool. Ja, habe ich auch schon. Ich möchte einen dicken Hit landen. Süßes Artwork übrigens. Guckt euch mal dieses schöne Artwork an. Sonnenuntergang, Wasser. Auch in dem Wasser unten spiegelt sich irgendwas. Das ist eine versunkene Stadt. Also das Labras ist wirklich hübsch. Wenn mein Autofokus mal wieder nicht den totalen Ausfall hat. Jetzt seht ihr es. Schöne Karte, wirklich schöne Karte. Jetzt kommt glaube ich hier das erste Recht. Oh, das kann ich meinen Kollegen Striker geben. Der hat ein Elektro-Deck. Dann hat er es in Reverse-Tolo. Obwohl ich glaube, er hat es sich auch in Reverse-Tolo bestellt. Vielleicht kommt jetzt was Geiles. Wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Was ist es? Oh Gott. Ey, das passiert mir so oft. Ich habe das Ding schon in diesem Pack drin gehabt. In meinem letzten hatte ich auch dieses Blitze-Hiegel oder wie das hieß. Habe ich auch drin gehabt. Jetzt habe ich schon wieder das in... Warum? Also, wie schlecht sind diese Packs abgemischt? Ich weiß. Oh, holy fuck. Holy fuck. Jo, Leute. Ich glaube es nicht. Ich habe die Karte gezogen. Ich wollte die haben. Geil. Mit meinem Autofokus hast du nichts getan. Holy fuck. Ich habe mit Bluraki-X gezogen. Und sogar das Art, was ich haben wollte. Oh, ist das ein Pretty Boy. Oh, Junge. Obwohl, es ist nicht das Art, was ich haben wollte. Ich wollte, glaube ich, das andere Art haben. Aber alter Falter. Holy fuck. Also, wenn das nicht ein geiles Booster-Pack war. Das kommt jetzt direkt in den Sleeve, Alter. Ja, geil. Okay. Ich war aber auch ziemlich negativ eingestellt. Aber ich habe es endlich gezogen. My quest is over. Ich brauche mir keine EX. Keine Obsidian Flames eigentlich mehr zu kaufen. Weil ich habe es einmal gezogen. Ich bin glücklich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Guckt euch diese hübsche Karte an. Ich weiß, mein Licht ist nicht so perfekt. Aber holy fuck. Ist leider auf Englisch. Ich meine, die einzige Downtime. Das Deutsche ist, glaube ich, ein bisschen seltener. Wegen dem Prinz. Aber ey. Es ist schön. Es ist einfach eine schöne Karte. Und die Fähigkeit ist natürlich auch gut. Wenn du dieses Spielprogramm involvierst, deine Pokémon während deiner Zeit, kannst du deine Deck nach drei Feuer-Energy-Karten. Dann kannst du die drei Feuer-Energie verteilen, wie du willst. Kannst du natürlich auch direkt auf ihn hier drauf tun, oder? Ja. Attach them to your Pokémon. Ja. Any way you like. Ja, geil. Also das war der Big Hit, würde ich sagen. Ja, cool. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonnieren, liken, teilen. Habt ihr auch eins gezogen? Oder nicht? Schreibt es mir mal in die Comments. Bis zum nächsten Mal. Ciao.